Jack, hast du sie je mit eigenen Augen gesehen? Die Quelle der ewigen Jugend? Entschuldige, kannst du die Frage nochmal wiederholen? Wir wissen, ihr habt eine Karte in eurem Besitz. Ihr könntet eine Expedition leiten. Dann brauche ich noch ein Schiff. Was ist aus meiner geliebten Power geworden? Gestohlen. Blackbeard. Hängt sie! Die Takelage wurde lebendig. Unser Schiff hat sich gegen uns gewandt. Captain, ich möchte eine Meuterei melden. Ich kann sie einzeln oder gleich alle verpetzen. Perfekt. Ist Jack auf dem Weg zur Quelle? Es ist weniger das Ziel, als viel mehr die Reise. Die Quelle der ewigen Jugend. Was braucht man dafür? Eine Meerjungfrau, Jack. Alle Mann an Deck! Wir fallen zurück. Holt die Meerjungfrau! Ihr bringt sie um. Ich bin ein schlechter Mensch. Weiter! Kämpft bis zum bitteren Ende! Nicht ganz angemessen für den ersten Offizier. War ich der Erste? Es hat begonnen! Gehört alles zum Plan, ja? Nein! Warst du schon mal da? Sieht dieses Gesicht etwa so aus, als hättest du die Quelle der Jugend gesehen? Kommt aufs Licht an! Was ist das? Vielen Dank.